Nur fürs Protokoll. Ich hätte nicht eine Person in dieser Gruppe für die Mission ausgewählt. Sie nehmen das nicht ernst genug. Es wurden hunderte Familien von der Regierung umgebracht. Es werde noch viel mehr sterben, wenn nichts getan wird. Was weißt du über die Lage in Äthiopien? Ein weiterer Scheißgenozid, der interessiert keine Sau, weil er in Afrika ist. Naja, dein Ministerpräsident interessiert sich jetzt dafür. Das Red Sea Diving Resort ist ein Hotel, das wir nutzen können, um Flüchtlinge vom Sudan nach Israel zu schmuggeln. Um es ganz deutlich zu machen. Falls was schiefläuft, werden sie öffentlich aufgehängt. Was seht ihr da? Die beste Tarnung, die es für uns gibt. Die Basis ist auf dem Heimweg. Ari, hunderte überqueren die Grenze und das jede Woche. Dreh dich um. Wir beobachten sie. Wenn sie mich fragen, wird das ganze Land demnächst in die Luft gehen. Für uns ist die Operation nicht vorbei, versprochen. Sie sind nicht nur eine Operation für mich. Sie sind mein Leben. Wir exekutieren Dissidenten. Lehrbuch-Revolution. Wir müssen sofort verschwinden. Sie sterben. Sie sind krank und verhungern. Straßensperren. Volle Fahrt vor Rausch. Du Verrückter. Du hattest echt viel Glück. Aber wenn einen das mitverlässt, braucht man halt Pläne und du machst nie welche. Wir lassen niemanden zurück. Wir sind alle nur Flüchtlinge, nicht wahr? Wir sind alles erf Hindernis. bblespapot enorm. Verrückter. Wir lassen uns anschauen. Wir lassen unseres. Wir laufen mal mit meinem Lebenslplicer.